Hallo, wie versprochen, heute machen wir das Team-Match beim nächsten Mal. So, lokale Runde. Ja, das passt. Drei Siege passt auch. Lassen wir mal. Das ist lustig. Wir werden voll verlieren. Bananabrot. Bananabrot. Drei Siege zum Match-Sieg. Match-Gewinn. Entschuldigung. Drei Mal muss euer Team gewinnen, dann ist der Sieg euer. Ja, ok. Bin schon mächtig gespannt, welches Team mehr drauf hat. Wir nicht. Ok, dann Team-Match geht los. Ah, aber erstes müssen wir jetzt so richtig aus. Da muss man einfach nur Paare füllen. Na toll. Ja, schafft es schon. Da muss ich mal wieder drücken. Da Papa, geh zurück auf der 1. Ok, aber wir verstehen es. Ja, das ist nicht so richtig. Ok. Konzentration. Papa, geh runter. Da geht's. Ah, das ist nicht da. Da geht zu dir. Da eins runter, eins runter, eins runter, eins runter. Zu mir, 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 zu mir. Ja. Passt. Weiter geht's. Ich bin voller Konzentration. Ich weiß, ich möchte es. Was war jetzt doppelt? Der Fisch, der Fisch oben. Bei dir oben. Perfekt. Das ist nämlich immer nur eins doppelt. Ja, ist mir auch aufgefallen. Das ist das letzte. Haben wir gerade. Stein Ding, Fisch, irgendwas. Da, der hat mit der Mitte. Geh in die Mitte, geh in die Mitte. Ja, perfekt. Wir haben gewonnen. Yeah. Perfekt Score. So, wir haben gewonnen. Gerade noch so. Woohoo! Boohoo! Und Birdo! Gut gegen Böse, eigentlich. Weil Birdo und der Boo sind böse Gestalten von Mario. Und Donkey Kong. Ja, Birdo schießt mit Eiern. Sieg! Oh, sie sind abgesoffen. Okay, aber dafür sind sie dann das Level 8. Das schaut ja cool aus. Ich find das voll cool gemacht, das Spiel. Das nächste Minispiele dürfen sie dafür aussehen. Wieso wurscht? Nee, sie sind sogar nass. Ist das cool animiert. Peach wählt das nächste Spiel aus. Dann musst du einfach nur richtig draufstecken, dass die Bombe nicht zu dir kommt oder an die Münzen. Die was? Die Bombe dann einfach nur nicht zu dir. Nein, das sind zwei Felder. Ach so, wenn ich oben stehe. Ah, ich dachte, so oft ich drauf springe. Okay, passt. Okay. Nein, 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 da brauchen wir drei. Geh drauf, geh drauf, geh drauf. Ja, geh drauf, hab ich gesagt. Ja, wenn du draufgegangen wirst, dann hätte man Münze gekriegt. Jetzt haben die zwei gekriegt. Drum wollte ich, dass du drauf gehst. Ja. Wir müssen schauen, dass du einfach zweimal. Geh runter. Nein, ich bin runter. Passt. Ja. Jawohl, drei Münzen. Jetzt haben wir beide. Ja, beide drei. Zwei wäre perfekt. Warte noch. Ja. Drauf. Jetzt zwei. Ja. Und Sie kriegen eigentlich Münzen. Perfekt. Wir müssen immer bis zum Schluss warten. Mhm. Eins, zwei, eins, zwei, also eins, zwei, drei. Wir brauchen drei. Jetzt drauf. Oder? Eins, zwei, drei. Ja, perfekt. Und tschüss. Und tschüss. Bumm. Ja, wir können schon immer wieder verlieren. Jetzt sind da glaube ich nur Münzen. Ja, du musst dann schon ein bisschen mehr zu bekommen. Okay, einen brauchen wir. Ein oder zwei. Nein, geh runter. Ja, geh runter. Ist egal, aber Sie kriegen nur eine Münze und wirklich drei. Ja. Ist egal, aber wir haben einen Haufen Münzen. High five. Wir haben das zweite Spiel. Nein, doch noch nicht. Ja, wir müssen. Zwei. Zwei. Wir brauchen zwei. Rauf. Perfekt. Eins, zwei. Da kann man sie auch tricksen, ne? Ja. Wir müssen einfach bis zum Schluss warten. Dann nur noch eine Münze. Ja. Und wir haben 18, also wir können eigentlich nicht mehr verlieren. Ah, verlieren. Wenn es ist, brauchen wir vier. Vier. Ja. Oder wir lassen es. Die bleiben niemals stehen. Rauf. Zwei. Drei. Und vier. Danke, das war's. Die haben null Münzen. Das ist voll witzig, ne? Dann fällt schon wieder die Kontrolle runter. Okay. Also das war das zweite Spiel. Das ist so cool. Voll. Und vor allem haben wir jetzt dann recht gewonnen. Ja, sind wir froh, dass wir zu Miss Dingos gewinnen. Ja, das ist aber unfair, wenn man so spielt. Du weißt, wie ich mein? Er vibelt uns wieder durch. Ah, tschüss. Aber ich finde das echt cool animiert. Vor allem, dass die nachher sogar noch nass sind. Das finde ich witzig. Wir sind nicht nass. Ja, wir sind nass, wenn wir mit reinfallen. Jetzt dürfen sie wieder ein Spielaus suchen, oder? Mhm. Dann ist Schluss. Donkey Kong wird das nächste Spiel. Ich kann das. Okay, wie ist das nunmeinander? Mit dem da halten. Man muss ja gleich am Anfang drücken, ne? Okay, ja, ich versteh's. Du darfst aber nicht loslassen. Ja, ist mir schon klar. Ja, nicht loslassen. Gleich drücken. Ich halt schon. Perfekt. Dann lass du aus. Und dann gleich wieder drücken. Nein! Ich hab übergedrückt. Warum lässt du aus? Warte, warte, warte. Nicht so früh. Ich hab gedacht, du hältst schon. Ja, aber es hat nichts gebracht. Du? Die besiegen uns. Ja, stimmt. Doch. Jetzt werden wir nass. Ja, dafür dürfen wir auch keine Nennenspiele aussuchen. Dafür dürfen die auch wieder ein Nennenspiele aussuchen, weil die kennen Sterne auch. Jetzt haben sie einen Stern. Jetzt werden wir nass. Nein! Ich wollte eigentlich gewinnen. Ich wollte eine perfekte Siegesserie machen. Du hast es vergeigt. Nein. Ich auch. Beide haben es vergeigt. Ich will jetzt sehen, wie der Buhu nass ausschaut. Das ist sicher witzig. Und die Birdo. Da ist sicher die Schleife nass. Ja. Safe. Safe. Kann Buhu über... Ja und Oha. Und der Geist ist auch. Aha. Da siehst du Peach. Peach. Warum? Was ist das? In unten treten. Ah, man darf nicht... Man muss schauen, dass der nicht... Dass der nicht angezündet wird. Okay. Ich bin voll schlecht. Ich auch. Boah. Dann müssten gleich am Anfang die austreten. Bevor die mehr werden. Das werden noch nicht mehr. Doch siehst du, die werden mehr. Nein. Nein. Das sind drei. Nein. 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 Ja. Boah. Wir haben gewonnen. Hey wie hart das war. Das war so ein Glück gerade. Das war so ein Glück. Das war so... Nur Glück. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Ja. Also High Five. Wir haben gewonnen. Komm, schmeiß ihn nur mal ins Wasser. Boah. Ich dachte, wir hätten jetzt noch mal verloren. So. Der Sieg geht an uns. Wir haben dreimal gewonnen. Wir haben den Sieg erhoben. Hurra. First Try. First Try. Nein, eigentlich nicht. Das hätte perfekt auch sein können. Ja. Aber egal. Ja. Das nächste Mal müssen wir mit schweren Gegenden spielen. Da wird das ganze lustig. Da werden wir voll ablosen. Ja, voll. Sicher. Willkommen zurück. Na, Spaß gemacht. Wir wollen haben diesmal... Birdo und Buhu. Yeah. Du hast schon meine 2 Sieger und ich habe meine 1. Tada. 4 Spiele. Und wir hauen wieder was aufs Konto. Ich krieg die Punkte. Dankeschön. Also das war's und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis.